so freunde go go bf1 mega bot muss aber ganz kurz raus tappen so freunde fahr ich meinen eigenen stream juck mal so origin im spiel Aber Nachrichtigung. Aus, 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 aus. Spüleinladung. Einsatzziel Cäsar erobert. Alles Kärchen. Gehen wir mal in David. So. Fängt ja gut an, ne? Tank ist wieder gar nichts am Raffen. Aber es hat wenigstens gerade angefangen, mehr oder weniger. Schweres Campgewehr? Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Oh, bei C sind einige. Das ist jetzt schon belastend. Jalla jalla. Alter, Multi-Kill, Triple, Ultra-Kill. Okay, es hat nicht mal eingehittet. Ist okay. Ist okay. Boah, die erste Runde ist immer so behindert, ne? Jedes Mal ist die erste Runde geistig behindert. Tschüss. Wir verlieren Einsatzziel Emi. Spielspaß mit den Nades. Dort ganz hinten durch ist einer. Das ist natürlich belastend. Hier sind meine Mates. Dort ist einer und da sind noch. Ich kann halt gerade nix dückig machen, ne? Oh, hier ist Muni. Genial. Sehr schön. War der nicht ein Gegner? Ja, war's auch. Wow, ich wurde weggefetzt. Jawohl, wieder überlebt. Jawohl, da haben wir noch einen angezündet. No problem. Ach, da sind noch zwei drin. Jawohl. Kommt her und rettet mich. Kugelschnee, du bist des besten Danks. Mein Aiming ist heute aber auch wieder on point, ey. Nicht. Gas, ich rieche Gas. Ja, ja, die letzten fünf Shots. Alter, what the fuck. Guck mal, wie viele das sind, alter. Locker, 10, 15, alter. Ja, mal. Ich piegste kurz um die Ecke, direkt schießen drei Leute auf mich. Tank. Ja, die fliegt mega gut. Ja, die fliegt mega gut. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. War die Assi. War die Brandgranate Assi. Ja, guck mal, was ist das? Kugelschnee ist hier der Einzige, der mega was rafft. Auch wenn er gerade nicht so gut steht. Und der rafft fast. Granate raus. Hier ist die Granate. Und, wie laufen unsere Befehle? Ja. Da ist der nächste Befehl. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Halt in unsere Befehle! Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Mein Gott, kommt doch einfach mit zurück, Leute. Fuck's sake. Holt doch einfach Albert mit, Alter. Get good enough. MG. Okay, ich muss ein bisschen MG spielen. Das bringt doch alles nix. Gibt gar nichts. Ah man, Abgang. Spacko. Malo, ich bin. Der kann mich locker gesehen haben. Ach so, ist ein Flammenschützer. Ja, GG. Schickle. Der Feind hat die Oberhand. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Surprise, motherfucker. Unser Panzerzug ist da. Nee, der ist der Befehl. Ich muss den Befehl ausführen. Da ist noch einer. Hilfe! Ich habe so low AP, lass mich rein. Geilala. F4? F5? F5 sind gut. Okay, tschüss. Das reicht. Lang genug drin geschimmelt. Gut, gut. Gut, 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 gut. Ach, geh doch nicht auf den Sack, ey. Seit wann kann man denn bitte einen Bayonet-Charge abwehren? Was? Geilala. 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 So, direkt bei dem Wo ist denn der eine Pisser? Wo ist denn der eine der bei F schimmelt? Achso, fokt mich gerade ab Was geht ab? Er kann ja nicht hier drin schimmeln, hier ist ja keine Annahme mehr Es schimmelt irgendwo einer So, wirklich da Ja, Moni Moni ist immer gut Es ist aber auch schon Ewigkeiten her, dass ich mal eine Nate-Kill gemacht habe Ich hole mir nur meine Standard-Nate wieder Tschüss, tschüss Aber Oh, kleine Hure, ey Ich spiel Mg Mg spielen ist wie Cheaten, ey Wir haben Einsatzziel Emil verloren Holt euch Cee Aua 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 Aua, ich hab keine Ahnung von wo Hallo Und dort Ach, von nach hinten Ja Das Team ist on point Oh, dritter Nice Very nice Klasse Jalla Jalla Mein Mate hätte ruhig ein bisschen früher schießen dürfen Hätte ich jetzt nix dagegen gehabt Guck mal, dritter ist doch gut für die erste Runde Was schon Ne, wir werden mal ankampfen, dass wir ankommen So, nu Nu kann ich hier spawnen Ich hasse es, den Tanks rumzugammeln Das ist das losste auf der Welt, ey Aua 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 Ich hab nicht gekillt Ich hab nicht gekillt Hallo Camper Oh, gar kein Camper da Ah, auf der anderen Seite Ach komm, er hat so ein Spezialkit Und den krieg ich ihn nicht Hä? Der hat mich schon fünfmal gekillt Dann war das Feuer der Flammenschützer Der gabbelt nur auf die Kids rum Öde ist das denn, ey Ne, nix unter Beschuss Lass mich jetzt rein Dankeschön Granade Granade So, da fackel ich jetzt alles ab Oh, Nate Ich hab's zu spät gemerkt Ja, wir verlieren Ja, wir verlieren Jetzt bin ich auch nur noch Förter Öde Oh, Nate hier hin, Nate da hin Nate dorthin Nate dorthin Aua Du's nicht Du's nicht Alter, wie hier alles fliegt Ich renne jetzt rein Reinrenn Was geht ab, Leute? Es standen einfach fünf Leute. Ähm, ja, natürlich die Wüste. Da musste nix. Gar keine Frage hier. 40 Stimmen für die Wüste. Oh, ey. Oh, bald sind wir Sturmsoldat Rang 5. Dann haben wir die Hälfte geschafft. Bei Sniper sind wir schon Rang 5. Verragend. So. Aber ich glaube, ich habe Bock, jetzt ein bisschen zu snipen. Mega Bock irgendwie. So, ich bin wieder bei Kugelschnee im Squad. Das ist wunderbar. Ich will mit ins Muppet. Jawohl. Hartgas. F soll eingenommen werden. Kein Problem. Dann direkt rüber zu e, habe ich gehört. Oh, nein, wir sollen D holen. Okay. Befehl ist Befehl. Rein in die Bude. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Guck mal, bei E können wir uns auch noch Punkte absnacken. Easy. Sonst snacken wir uns mal C ab, oder was? Okay. Oh. Weg, die Sau. Kann nicht wahr sein, dass er einfach auf mich schießt, ey. Was fällt ihm ein? Ist er lebensmüde? So, was ist denn der Befehl? Mach mal Befehl. Mach mal Befehl C. Ja, gut. Klapf, klapf. Ja, ich würde gehen hier raus. Danke. Hier ist noch irgendwo einer und zwar hier drin. Wenden. Okay, doch nicht. Ah, voll die geile Hütte. Die ist mir noch nie aufgefallen, weil die immer als erstes weggesprengt wird. Mega nice. So, aber geht doch voll gut ab, Leute. Very nice. Wie weit ist der wohl weg? Wie weit ist der wohl weg? Das ist mir? Ich lasse mich doch hier wieder rein. Hallo? Ach komm, da kommt da einer von hinten. Weißt du, ich gebe ihm halt auch 92 in einem Hit. Ich hasse das, wenn man mit der Sniper nicht One-Hit macht. Das ist halt 100 pro einer im Haus drin. Reinwerfen. Kobe! 14 habe ich dem gegeben. Was? Jetzt muss ich mir onzuschieben nochmal angucken. Ich habe dem gerade 14 Damage in den Oberkörper gegeben. Wahrscheinlich. 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 Ach du schwules Flugzeug. Als du spawnst, dann kommt da so ein Flugzeug. Niiiih, da bist du halt dauernd. Lächerlich. Ach, dann kommt da wieder so ein schwules Fahrzeug. Ich eskalier gleich. Ja, und der rafft es nicht mal mit einer vollautomatischen Waffe gegen meine Pistole anzukommen, weißt du? Aber ich werde die ganze Zeit von irgendwelchen hässlichen Fahrzeugen wechseln. Wo ist er denn jetzt? Da ist ein Pferd. Wie weit ist das? Sag 220. Das ist mehr als ich erwartet hätte. Dort hinten sind auf jeden Fall locker 400 Meter. Ja. Okay, ich muss ein bisschen weiter nach vorne. Das ist mehr als ich erwartet. Wir verlieren Einsatzziel David. D. So weit der schwule Tank da ist. Ist hier irgendwo noch Fußvolk unterwegs? Das down. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Haben wir noch F verloren? Nice, Leute. Hier ist noch ein Tank. Meine Pferd. Oh, oh, oh. Du hast nichts gesehen. Ich war gar nicht da. Tschüss. Tschüss. So sorry. Nein, das war alles nur eine Illusion. Warum kämpft denn hier keiner? Absolut frechheit ist das. Oh, oh. Lass mich doch raus. Der Tank kriegt mich nicht. Das kann er knicken. Tschüss. Ja, warum haben wir jetzt F nicht mehr? Dort liegt ein Sniper von uns und wir haben F nicht. Dann fragst du dich doch auch, wie verblödet manche Leute sein können, ey. Jetzt hat C verloren an den Tank. Keiner spielt irgendwas, um den Tank zu ficken. Ich stehe 3 zu 3. Nice. Okay, da haben wir zumindest einen Sturm Soldaten, der mal was auf den Tank drauf wirft. Nein. Ich hasse alle Flugzeuge in diesem Spiel. Kann sich doch bestimmt da oben drauf chillen, oder nicht? Was mache ich jetzt? Draufgammeln. Jawohl, kann man echt. Geile Sache. Ich kann sogar noch höher. GG-Grille. Okay. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Außer, dass das typisch ist. Ich rein die ganze Zeit rum. Ich scope auf 500 Meter. Ich sehe keinen Sniper. Ich gammel nicht irgendwo hin. Tot. Nein, bleib doch stehen. Dankeschön. Auszusteigen war aber jetzt auch nicht die glückste Idee. Was? Was ist so weit? Irgendwo noch ein Nicht-Tank? Russische Kavallerie. Kotzen ist es doch. Wir halten vier Punkte. Doch. Ich bin sonst kein Schicksals. Ich bin sonst nicht die glückste 치. Ich bin sonst nicht die glückste Idee. Aber ich kann doch nicht die glückste Idee. Ich bin sonst nicht die glückste Idee. wie kann das wie ist das denn bitte balanced ein tank kann weiter schießen als ein sniper sowas ist doch lächerlich jetzt habe ich den nicht getroffen weil da ein stein war jetzt hätte ich wahrscheinlich wieder von irgendwo abgesnackt ja das war so klar keine sau kann wissen dass ich dort rumgammel auf mich wird halt instant geschossen bevor ich überhaupt einmal anvisieren die logik es reicht Wenn ich jetzt irgendwelche Fernkampf-Duelle habe, dann weiß ich Bescheid. Sano will das Game einfach nicht abfucken. Alter... Ich frage mich auch immer wieder, wie irgendwelche Level 20 Typen besser Snipern können als ich, obwohl ich das die ganze Zeit Try habe. Traf ich nicht. Level 20 bist du halt irgendwie in einer Stunde oder so. Und scheiß Verlierung. Kinderriegel. So. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Ja, wahrscheinlich haben wir Cäsar verloren, oder? Kann ich jetzt auch mit Daumen gehen oder so? Oder eher nicht so. Bitte. Ein Sani ist drei Meter von mir weg. Dankeschön. Ja, und ich bin sofort wieder... Ich werde wiederbelebt und genau in dem Moment liegt eine Granate neben mir. Angriffsschwulzeug Bristel. Oh, scheiß. Wie kann man einfach nur die ganze Runde in irgendeinem Flugzeug gammeln? Ich würde das geil finden. Ich raffe es nicht. Ich verstehe es nicht. Dass man eine ganze Runde lang in irgendeinem Flugzeug gammeln kann. Das ist mir einfach zu hoch. Servus, Trust. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, schwule Flugzeug, ey. Verpiss dich. Alter. Ich spawn da nie wieder. Guck, wir verlieren wieder alles. Alles auf einmal. Ja, hab ich. Wo ist denn jetzt schon wieder einer bei F? Ach. Gut, ist okay. Ich spiele ja schon Sanitäter, so wie immer. Einzige, was ich halbwegs traf. Warum ist es denn jetzt schon wieder im Kampf? Die Scheiße. Wir verlieren Einsatzziel Friedrich. Wir verlieren. Wir verlieren. Und jetzt rum. WWW. Ja, war wah. Ich fahr halt ohne mich! Kann man keine Abholung mehr? Doch, brauche ich Abholung. Jalla jalla! Jawohl, Double Kill! Jawohl, tot! Kugelschnee! Ok, da halt nicht. Ich wills! Kugelschnee! 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 Auf welchen jetzt? Den auf Origin oder den auf Twitch? Beide? Also der auf Origin ist quasi einfach nur die lange Form und der auf Twitch ist halt die Kurzform im Endeffekt Und drauf gekommen bin ich halt, weil ich Spongebob-Fire Oh ne, nicht schon wieder ein Tank, ey Ich will nicht! Ich hab nur noch 22 Bullets, was ist das denn? Da, Muni! Da! Medizin! Ja, Ultrapeilung! Da ist einer down gegangen! Äh, rennet! WAS?! Der Wure-Zone hat übersprungen, du Bastard! Ich renne hin, er überspringt! Dich hole ich noch, Kappa! Ja! 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 Lass mich rein, Blatt! Das ist unser Panzerzug hier, also... Hammer! Geil! Auf geht's! Ich rühre durch das Fenster! Ja! Okay! Nein, doch nicht! Oh mein Gott! Ja! Jetzt geht's los, ey! Ich rühre durch das Fenster! Ich rühre durch das Fenster! Ich rühre durch das Fenster! Junge, lass dich doch hier hin! Gebt mir meine Punkte! Wir haben Einsatzziel Cäsar verlorent! Ich rühre durch das Fenster! Wir haben Einsatzziel! Emil verletzt! Wir haben Einsatzziel... Emil verletzt! Ich rühre durch die Flaschbahn! Ich rühre durch die Flaschbahn! Vollgas! Oh! Ich rühre durch das Fensterkampf! War vielleicht doch nicht so ne kluge Idee mit sich auf dem Panzerzug zu stellen. Nein, nicht wegfahren! Du bist meine Deckung! Hallo! Nein! 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 Fuuuuck! Fuuuuck! Fährt er einfach weg, ey! Ich lauf's ja nicht! Ach komm ey! Head Glitcher! So wie ein COD oder was? Wir verlieren ein... Wir verlieren ein... Wir verlieren ein... Wir verlieren ein... Au! Au! Hier schon Prefair gibt! Wächerlich! Mit Level 7! Ja wahrscheinlich, oder? Ja! Mit Level 7 hab ich sowas auch immer gemacht. Ganz klar. Tschüss! Wieder geflogen ist ey! Voll nice! Mein Abgang ey! Jawoll! Das ist der Nester! So! Jetzt müssen wir hier mal langsam ein bisschen... Serious Gameplay machen. Kann sich ja keiner geben, die Scheiße! Oh! Die sind zu weit weg! Yalla yalla! Lol! Dort ganz... Dort ganz hinten ist ein Sniper! Wahrscheinlich alle! Hilfe! 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 Ich weiß nicht, wo ich hin soll! Ich weiß nicht, wo ich hin soll! Hier ist ein Tank von uns! Sehr schön! Drei... Wir verlieren! Ja, das war meiner! Hellfighter Trench Gun! Also ich nehm wenigstens... Keine Full Auto Pump Gun! Ja, dort kann man doch spawnen! Wir verlieren! Wir verlieren! We have... Geweckt! Ducido! Un safe as kialla! Alfa!! Wir haben Einsatzziel целwer erobert! Jala ja lande... bueno! Oh! Hallo! Na du! Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert Ach von hinten mit Kinderriegel ey Kinderriegel will ich auch freischalten Deswegen spiele ich Sturmsoldat Ich brauche unbedingt auch Kinderriegel Hallo Hallo Nein Ach so auf der Distanz auf der Distanz kann er auf dem Head Aimen wenn ich move Läuft bei dem Läuft es dir gerade runter oder was? Wie viel da bin ich geworden? Ich trau mich gar nicht Ach da Eija Ja Ja ich habe es nicht so oft gespielt Bock irgendwie nicht Ja Level 42 Eroberern halte wie Flaggen Tü 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 Als ob ich das nicht geschafft habe Am Arsch Stufen 1 von 3 Erziele 10 Kills in einer Runde Habe ich gerade gemacht aber okay Erziele 5 Kills in einem Leben Habe ich glaube ich nicht geschafft Warte mal Anpassen Hier mal auf jeden Fall eine andere Pistole nehmen Was ist denn eine geile Pistole? Ich weiß gar nicht Ähm Gut Okay passt schon so Oh Moped Woah Ich durch Alter 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 Okay Motorradfahren war hier keine gute Idee Ach Man Dreckst Ding So, fertig ist, ey. Achso, ich bin Lila. Ich bin Boss. Nein, nehm ich mit. Du nimmst mich mit. Großfahrer, ihr fahrt Gas. In der Nähe deiner Position ist ein Fahrzeugabwehrkrieg. Fahrzeugabwehrkrieg. Arbeitwehre. So, da ist auf jeden Fall schon mal ein Tank. Das heißt, ich werde zu DGN. Weil dort unser Tank ist. Yay! War da gerade einer auf dem Dach? Habe ich das gerade richtig gesehen? What the fuck? Ist hier jemand? Ne, hier ist keiner. Können die denn sonst sein? Ne, hier hinter der Mauer kann man nicht einnehmen. Geh doch. Down! Wie fehlt's von der Shotgun? Willst du denn noch snacken aus 5 Metern? Ich bin jetzt immun. Oh, hau rein. 4 HP, easy. Ich bin jetzt immun. Oh, na. Please, don't kill me. Nein. Nein. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Nein, der gibt mir aus der Hüfte mit seiner Dreckssniper. Du Hure. Du Hure. Werd doch nicht mehr beschossen. Ja, das ist so gegeben. Angriff. Da vorne ist einer. Aua. Natürlich hättet ihr mich instant. Ne, warum auch nicht. Aua, Aua, Aua. Nein, du Hure. Jawohl, der Double. Ich bin gar nicht da. Rein in die Bude. Hoch die Bude. Alles absnacken in der Bude. Bude ist leer. Da sind welche. Da sind welche. Oh. Scheiße, dort hinten ist ein Tank, oder? Kleine Tankku. Ich treffe euch und ihr mich nicht. Alter, wie viele da waren! Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Null Schnitte, Alter. Wir haben Albert verloren. Dann lass mal Cesar absnacken gehen. Bei A ist ja noch ein Squad übrig. Erobert das Ziel. Wir haben Einsatzziel David erobert. Echt jetzt? Ich lauf los, krieg einen Header. Geht auch nicht. Ja, dann versuchen wir mal D wiederzunehmen. Passt schon. Oh, die Nate war Point. Hä, wo ist der andere? Nate! Alter! Okay, von da aus komme ich nicht hin. Von hier aus komme ich nicht hin. Rein in die Bude. Haha. Surprise, motherfucker. Als ob ich dem nur 75 gezogen hab. Ähm, kuffing. Bei D sind wieder alle down. Ungünstig. Oh, erster. Erster, erster. So, was wollen wir denn haben? Ja, D. Okay, okay. So, sieht es aus. Ja, auf die Distanz kann ich jetzt mit meiner Waffe leider gar nichts machen. Granate ist raus. Wo ist das? Jetzt eine Granate. Wir bräuchten hier mal einen Tank an der Posi. Das wäre vielleicht mal ganz geil so. Rein, rein, rein. Ihr habt mich nicht gesehen. Keiner verfolgt mich. Tank! 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 Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Tank! Meine Bäckerwiese. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. 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 Damit hat unser Squad jetzt erstmal genug zu tun, denke ich mal. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Obwohl, immer noch Erster. Ich glaube, das wird nicht mehr lange so bleiben. Ach, das Fenster kann man gar nicht ficken. Ja, da nicht. Ähm... Ach... Meine Fraser, Alter. Wir müssen diese Ziel um jeden Preis halten. Wir müssen diese Ziel um jeden Preis halten. Leute, warum kriege ich immer die Retard-Teams? Ich denke da, das ist eine ganze Menge für die Rechte. Unser Squadraff war es, sonst halt wieder keiner. Weisse... Belastend... Belastend! Ich hätte auch noch in so ein schwules Feuer gedacht. Eingetroffen, Acht! Acht! Das war's nicht so. so wir unterstützen den tank wir unterstützen jetzt den tank nachdem wir alle die bb sind noch weggesnackt haben weil die nubig sind leute ich komm rein töte vier und es passiert trotzdem nix ich trade vier gegen mich weg oh ja ja das ist gut was wir machen was der da macht sehr sehr gute arbeit das ist ganz nett ja alter 127 zu 4 weiß alter wir haben einsatz ziel caesar erobert wir haben einsatz ziel das ziel darf nicht fallen verteidigt das ach komm ich werde grad dort meine minen legen und mich verpissen wir brauchen aber vier ziele wir unterstützen jetzt emil die einnahme nevermind wir dürfen erstmal und wo denn jetzt schon wieder sniper tötet euch gegenseitig und ich mich wir haben einsatz ziel friedrich verloren wir haben einsatz ziel friedrich verloren wir holen uns jetzt das hotel scheiß drauf wir holen uns zu bekka wieso dann snacken wir uns das hotel ab dann müssen wir mal ein bisschen was halten jungs kann ja nicht wahr sein das ist ja wieder so ein hässlicher tag äh zieler auf aus auf auf Abgesägte Schrotschlind Er hat das Noob-Kit Er hat das Noob-Kit Abgang, ey. Ja, sowohl. Ja, sowohl. Ja. Soldat gesichtet. Fahrzeug zerstört. Fahrzeug zerstört. Fahrzeug zerstört. Junge, das Kit ist so geil, Mann. So genial. Da ist noch ein Tank. Der rafft gar nicht mal von wo, Alter. Schade. Aber wir haben sogar noch einen Sniper damit weggehauen. Alter, das Tankgewehr wäre so geil, ey. Ohne Spaß. Richtig nice. Richtig nice. Richtig nice. So, jetzt habe ich drei Tanks zerstört. Ein Sniper ausgeschaltet. Und jetzt müssen wir hier mal was raffen, Leute. Wir müssen was raffen. Bitte. Nullse, weg! Nullse, weg! Das, was runterelt! Wir haben Einsatz für Nullse, verloren. Troll grasprelations. Geh doch da! Der ist über die Mauer gesprungen Das habe ich genau gehört Fuck, Panzerbüchse Das Tankgewehr Boah, ne Alter, arg Was macht der bei A? Achso, der Sniper Hier wird gespawnt Auf da Artillerie-Lagen Hilfe zählt als Kill Das Sniper von A Wie heißt der? 3, 3, 3, irgendwas Ja, der hat 20 Kills Der darf snipen Der darf das Fahrzeugabwehrkit Oh ne, hättet ihr mir das wieder gegeben? Wäre halt easy GG gewesen Jetzt mach was draus, Junge Was machst du da? Mach was aus dem geilen Kit Junge Aua Wo wo denn? Ja du Hoh, Alter Was für ein Knifen, Alter Ein Hit und ich bin down Jawohl Ja du Hoh, Alter Was für ein Knifflager Was, Alter Was, Alter Woh, Alter Ja ich bin da Auf da, was ich bin da Wie heißt der Mähen Anwes 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 Wir haben Einsatzzieher David erobert. Aua, Kinderriegel. Davor wurde ich auch jetzt lange nicht mehr getötet, ey. So, jetzt brauchen wir aber noch Emil und müssen dann alle 5 Punkte halten. Sonst können wir nicht mehr gewinnen, Leute. Die ist euch schon bewusst, ne? Wir brauchen Emil noch. Wir dürfen nur F haben und dann müssen wir die zurückdrängen. Es ist noch machbar da. Ich versuche jetzt einfach mal mich an dem Panzer heranzüssen. Panzergesichtheit aufpassen! Wir müssen das Ziel erobern! Bistisch! 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 Immer diese MG-Nubbel Nein, wir dürfen D nicht verlieren und C auch nicht Das reicht nicht, oder? Wir müssen zumindest mal für 1-2 Minütchen F oder E halten Und nichts verlieren währenddessen Dann könnten wir es noch schaffen Aber so halt nicht Jetzt ist er unterbeschuss, D wird verloren Wir dürfen D nicht verlieren Ich schick dir in eine Granate Wir haben eine Granate, vorsichtig Meine Fresse Leute, macht doch mal was Ich kill 4 Leute jedes Mal Jedes Mal kill ich 4 Ja, GG, easy, Alter Das Einzige, was easy war, war's Du, du Snack Deine ganzen Mates Dann auch Easy Snacks Das Team, Alter Feels bad, man Bald der Geilheit 40 zu 20 Und wir verlieren Wir brauchen nicht mehr zu viel Viel Zusage Highlights, verteidigte Flaggen 13 habe ich Statistik, Truppauslöschung Top 2 40 Kills Top 13 verteidigte Flaggen Top Unser Trupp hat auch die meisten verteidigte Flaggen Und Rundenpunkte pro Minute bin ich Zweiter Ja Hier bin ich Dritter Zweiter, Zweiter KD 2 Überall Zweiter oder Erster Kranker Scheiß Ja, da sieht man mal wieder, dass Battlefield nur im Team funktioniert Da sieht man's mal wieder, leider So, in meinem Trupp ist halt noch kein Schwanz Läuft auf jeden Fall Ja gut, sind noch erst 22 Leute drin So, go, go Verteidigt das Ziel Wir haben Einsatzziel Bertha erobert Ich bin halt in dem Solo-Trupp Es sind so viele rausgegangen nach dem Match, ne? Unglaublich So, das war ja der Spot, den man nur von oben aus einnehmen konnte Wenn man auf der Brücke steht Belastend Äh, Gas Ja, juckt mich jetzt auch nicht Kein Bock jetzt die Gas-Muske aufzusetzen Die behindert so krass Die Gas-Muske ist richtig belastend, ey Natürlich stirbt er nicht, ne? Ich schieße auf einen, der ist 30 Meter weg Instant One-Hit Ich schieße auf einen, der vor mir steht Ich muss den Trupp wechseln, Alter Wo, wo mach ich das? Was muss ich auf den Scheiß-Trupp wechseln? Guck mal, ich hab so lange gespielt, nicht mehr gespielt Ich weiß gar nicht mehr, wie man den Trupp wechseln kann G, G Flammenschützen-Kit ist bei Walter Argon natürlich sexy Oh, da hat meine gedroppte Firenade nochmal ordentlich Damage gedrückt Ah, ich hätte auf Trupps gehen können grad Ah, ich hab's gesehen Gut, nächstes Mal Ja, da ist die Gas-Muske belastet 16 Damage Wahrscheinlich, oder? Oh, wir haben eh eingenommen Nein, nein, abbrechen Trupps Bei Friedrich kann man nicht rein Bei Sworn-Zone sind Pff, nice So, bei uns nehmen grad welche Wir haben Einsatz-Ziel Emil verloren Okay, okay Ist ja okay Jawohl, wir nehmen C ein Wir müssen jetzt nur noch B verteidigen Und dann ist es halt gut Wir haben Einsatz-Ziel Emil verloren Wir haben Einsatz-Ziel Emil verloren Servus So, was geht denn hier ab? Natürlich steht er da in der Ecke Ah, dieses Team wieder Mein Squad Was ist das? Was? Ich werde den Kranach aufpassen! Kranach verlaufen! Untertitelung. BR 2018 Wir haben Einsatzziel Bertha erobert Ich war zweimal sowas von drauf Drecksjapser, Alter Der für ein Ping Das bestimmt so einer mit über einem 100er Ping Belastend Ich bin mittlerweile auch gefühlt Letzter Ich werde einfach nur scheiße spielen Wo wurde denn jetzt schon wieder, Alter Die Map wird halt jedes Mal gespielt, wenn die zur Auswahl steht Jedes Mal Der Radarter Der Radarter Der Radarter Das ist die krassste Unbalanced Map ever Weil du C hast, hast du das halt gewonnen, automatisch Ja, guck mal, auf C kannst du mit Feldgeschützen ballern und du kannst nur auf der Brücke einnehmen Das ist alles so ein Bullshit, ey Alter, ich hab so low AP Nehmen wir gerade alles ein, konnte ich sagen Nehmen wir gerade alles ein, konnte ich sagen Ja, easy Easy domination Easy domination Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert Wir haben Einsatzziel Emil verloben Die haben Einsatzziel Befehl Diät Das war die Das war die Okay, jetzt haben wir wenigstens schonmal genügend Punkte eingenommen, die für uns wichtig sind. Guck es dir wieder an, es ist so lächerlich. Fickst doch einmal die Scheiß-Hitboxen von irgendeinem Scheiß-Spiel. Einmal nur, einmal. Wie unter Beschuss. Feind getroffen, 8 damage. Very nice. Besser geht nicht, auf die Distanz. Wir verlieren HALA. Was ist das? Aber ich vergesst es, wir brauchen eine blöde Duster. Was ist das? 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 Wir brauchen eine fl פה, jetzt haben wir den K caden, was wir erstmal zu werden. Was ist das? Was ist das? Ich bin das, wir haben zwei Quietschen. Wir haben die Buffaloen. Wir haben Einsatzziel Emil erobert Der Astat, 35 Kills 35 Kills, ey Oh mein Gott Das hätte ich jetzt auch können Da wurde einer weggesnipert Das ist nicht so geil Drop doch mal ein Medikit oder so Spastier, ja Wir haben Einsatzziel David erobert Ne, weißt du, er sieht, dass ich auf 10 hab hier oder so runter bin Ich renne weiter Anstatt einfach mal eine halbe Sekunde für ein Medikit-Job zu nutzen Ach, da war noch einer in der Ecke Jo Nice So, Ziel wird eh wieder eingenommen Wornen wir mal Man sieht gar nichts Gar nichts Wir haben Einsatzziel David verloren 17 Lapschkills, ey Wir haben Einsatzziel Bertha erobert Wir haben Einsatzziel Bertha erobert Wir haben Einsatzziel Bertha erobert Aha, den hab ich genau rumsteppen gehört Aha, den hab ich genau rumsteppen gehört So, laufen wir mal ganz außen rum Und hoffen wir mal Dass es uns auch nur irgendetwas bringt Soll ich mich jetzt aber nicht weiter jucken Soll mich jetzt aber nicht weiter jucken Aber eh schon zu weit weg So, mein ganzes Squad hat den Befehl Und der Befehlsgeber Ist auch nicht hier Na, es läuft bei euch Das ist ein Das ist ein Das ist ein Das ist ein Feindlicher Panzerzug Feindlicher Panzerzug Oh, das heißt wir können uns jetzt von C verabschieden Das heißt wir sollten jetzt mal endlich mal wieder was raffen Und uns mal wieder die anderen spots scannen Ein feindlicher Panzerzug ist eingetroffen Der Panzerzug ist eingetroffen Ich werde das mit Ver Arabia Das ist ein feindlicher Schwermsoldat Das bist du easily kein rennen kein rennen ok, da halt nicht oh, da ist noch einer bei D mal gucken ob er noch so lange überlebt überragend und ihr tappt doch einer vor dem Bunker rum wenn der eine nicht reinkommt sind wir alle gefickt gut, ich lauf links rum alter sonst ist da echt ein stolperdraht warum ja guck mal der Zug hat halt nur die Macht über C das ist eigentlich alles gar kaputt ebenso wir haben Einsatzziel Emil erobert jo nice müssen wir nur das alles halten und C ist eigentlich Wayne können die ruhig haben ja Panzerzug OP 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 ich verstehe es nicht wie ich aus dieser Distanz einfach dich treffe so ein Krüppel ey so ein Krüppel ey so wir müssen uns mal kurz B wieder absnacken Die Waffe ist sogar noch schlimmer und noch nubiger als eine Shotgun ey. Ist die einzige Waffe gegen die du gar nichts machen kannst. Feuerrate irgendwie 3 Millionen Schuss pro Minute. Den kannst du halt gar nichts machen. Wir haben Einsatzziel irgendwie verloren. So lange wir jetzt nicht A auch noch verlieren. Was für ein nice Hack alter, nice camp, sonst nix. Jawoll, noch ein Kill geholt. Schick! 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 Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, haben wir jetzt ein Drittel von Sturmsoldat Rang 5. Was ist das für ein Bullshit ey. Drei? Ja! klar will ich beitreten ja ich will nicht in den Trupp ja rein in den Bude kein Bock auf den Loh-Trupp wir haben Einsatzziel Albert erobert ja unser Fahrer ist das beste wir haben Einsatzziel Albert erobert ja ja wir haben Einsatzziel Caesar erobert wir haben Einsatzziel Caesar erobert ja 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 mit der MG so ok so rein rein Ach komm, da werde ich abgesnackt, ey. Frechheit! So, jetzt nehmen wir hier mal die Meisterschütze. Wieder raus. So wie schon öfters. So, jetzt kommen wir hier. So, jetzt kommen wir hier. So, jetzt kommen wir hier. Ja, sag hier! Was sprayst du hier so rum? Du ein Käse, Bruder, Alter. Mach mal Abgang. Ah, das ist klar. Da war auf jeden Fall ein Bruchpilot am Werk. Das ist jetzt nicht fair. Ach ja. Und dann war auch schon irgendein Spaß, die ihr hier rumtappt. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts mehr. 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 Ich habe Sichtkontakt zu einem feuchtlichen Soldaten. Vorsicht, das ist einer ihrer Soldaten. Feindlicher Soldat, da! Ich habe wohl bei Egid immer noch Battle. Da kann man schon mal spawnen. Wir verlieren Einsatzziel Emi. Wir haben Einsatzziel Emi verloben. Mom, ich muss eben nachladen. 43. Kriegsanleihen. Auch den Bruder! Nö, nö, nö. Okay. Wenn dort vier Leute sind, dann lauf ich doch lieber. Wäre schon sexuell, wenn wir noch E.ON erfetten. Wäre echt nicht schlecht. Bluuuuuut. Warum regen sich alle über das Tankgewehr auf? Wenn hier halt keiner mit dem Tank rumfährt, kann er auch keine Tanks abknallen. Das ist halt okay, wenn er von irgendwelchen Loops-Bekleidungen wird. Das ist halt mal hart. Soldat da drüben! Aufpassen! Feindlicher Soldat! Und da ist er weg. Aufpassen! Aufpassen! Der Feind hat die Oberhand! Er gibt mir im laufenden Header. Mit Level 20. Wahrscheinlich! 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 Eeeeee! Ah ne. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Weitlicher Soldat gesichtet! Soldat gesichtet! Was soll? Was soll? Boah, dann killt mich einer mit Kinderriegel über die Distanz. Lächerlich! Bei A geht auch wieder Party. Voll Stress machen und so. Feindlicher Soldat! Da! Seht ihr? Das ist einer ihrer Soldaten! Das ist einer ihrer Soldaten! Feindlicher Soldat abgesichtet! Geht! Was ist mit der Soldaten? Was ist mit der Soldaten? Das ist mit der Soldaten? Wir haben Einsatzziel Gustav erobert. Vorsicht, ein Soldat! Ich dachte, ich habe ihn. Das ist einer ihrer Soldaten. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Soldaten. Der lebt nicht mehr. Feindsoldat in Sicht! Seht ihr? Das ist einer ihrer Soldaten! Wir verlieren Einsatzziel Albert. Ja, los! Ja, los! Ja, los! Alter Junge, 351 Meter Headshots. Tschüss! Feindlicher Soldat gesichtet! Hit! Hilfe, Zielsatz kill! Wir haben Einsatzziel Gustav verloren! Langsam hab ich sie wieder raus, mit snipen. Geht! 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 Werht- das ist halt die sache dass keiner mehr pieken will beziehungsweise kann weil die jetzt alles überrannt haben hier muss ich 150 meter anfallen keine muni mehr scheiße sehr schön danke fürs umrennen wir spawnen mal bei A weil wir A verlieren das möchte ich nicht ein feindliches ein feindliches ein feindliches blödchen ist da cute aua 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 spasti eh wird auch wieder verloren leute 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 was macht ihr denn du das ist ein schlumpfer das ist ein schlumpfer das ist ein schlumpfer David, erobern! Nö, sehe ich gar nicht an, tschüss! Was ist ein Noob ey? Ja, schau! Treten wir halt hierbei, wenn der andere unter Beschuss steht kann. Großlinien Schiff. Vorsicht! Das ist eine ihrer Soldaten. Das ist eine ihrer Soldaten! Aufpassen! Feind ist ja voll da! Wir gewinnen! Das ist der Helfer! Das ist der Helfer! Das ist der Helfer! Das ist der Helfer! Der Schiff hat mich einfach across the map gefickt! Ich glaube nach der Runde mache ich jetzt mal Pause! Ja! Definitiv! Definitiv! So raus ist der Boden! Oh sie geht! Oh sie geht! Oh sie geht! Vielen Dank fürs Zuschauen! Und bis zum nächsten Mal! Bis dahin!